In einer Welt, wo es immer stressiger wird, alles auf Social Media gepostet werden muss und Leila auf Platz 1 in den Charts ist muss man sich gut und gerne mal eine Auszeit gönnen. Adrian Totoro und seine Arbeitskameraden beschlossen deshalb, eine dienstliche Dienstreise zu unternehmen. Da gab es aber nur ein kleines Problem. Ja? Ne, es ist kein großes Ding. Ich fühle mich wie so ein Baby. Welches Baby verliert beim Essen einen Zahn? Oh. Ah, Digger. Er ist ein 5 von 10, aber einmal im Quartal fällt ihm so der Zahn beim Essen einfach raus. Was ist er? Sag was Lustiges, damit wir einen Shot verwenden können. Shut the front door, when I look at you, you look like a whore. Was? Simon? Ja. Auf nach Mykonos. Und so machten sich die international renommierten Unternehmer auf den Weg auf die altgriechische Insel Mykonos, wo sie ihre Artgenossen treffen. Dem Ort, wo Business im Vordergrund steht. Was filmst du? Na ja, das Leben. Guter Shot, wirklich. Danke dir. Clear, mein Motherfucker, Alter. Aber doch nicht die arme Schildkröhe. Das ist unsere Schildkröhe. Das ist unsere Schildkröhe. Oh, Schildkröhe. Schildkröhe tut mir leid, weil Schildkröhe hat Gefühle, aber ist aus Holz. Und hat extremen Auftrieb. Man denkt halt, der hat keinen Auftrieb, aber der hat halt wirklich richtigen Auftrieb. Das ist krass, was diese Schildkröhe alles kann. Schildkröhe. Was ist los mit der Schildkröhe? Die Schildkröhe hat so viel Auftrieb. Welchen zählst du? Nächsten zählst du. Die hat nicht so gut. Ja? Nee, 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 nee. Das war schwer. Ich bin so kacke. Ja gut, dann schlaf gut. Das hat ihm richtig gefallen. War ein guter Witz. Du ernährst dich ja mehrheitlich vegetarisch. Da habe ich das perfekte Produkt für deine Ernährung gefunden. Ah, das ist funny, weil das ist Fisch. Das ist real life, Mr. Krabs. Oder besser gesagt, real dead, Mr. Krabs. God forget you all I want. Forget you. Are the grapes good grapes? Good grapes? Vergiss niemals, wie es vorne war. Das ist einfach wichtig, dass man es im Leben nicht vergibt. Und was ist, wenn man hinten ist? Wenn man einmal hinten ist? Ich sag mal, wenn man einmal hinten ist, dann geht man nicht mehr nach vorne. Und das ist, was die meisten wollen, Leute vergessen. Es ist eine wichtige Erkenntnis. Das sind... Hier ist eine gute Freundin von mir. Kannst du kurz fragen... Vielen Dank für diese Quote. Du sitzt hier wie ein König. Ich wollte nur mal kurz sagen... Vielen Dank an mein Königreich. Ohne euch wäre ich nicht der, der ich heute bin. Ihr habt mich nicht gewählt. Ich bin einfach gekommen. Real Größe liegt... Real Größe liegt... Ein Papa-Platte-Viewer einfach. Can I show you something? Okay, are you ready? Alles klar, dann fahren wir zurück in die Villa, sparen uns ein bisschen Geld und dann können wir uns heute Abend noch einen Drink mehr leisten als die anderen, ne? Alter Maul! Bist du ready? Bist du ready? Bist du ready? Bist du ready? Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Ein Haus macht Sachen, das ein Haus einfach macht. Zum Beispiel? Wohnen. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr machen. Rein vom Ding her, würdest du eher dieses Wasser hier nehmen? Oder all diese Corona Biere? Das ist gebraucht von Mark Eggers. Ein Macher. Imagine, du hast einfach einen Twitch-Rucksack an. Auf Mykonos. Weird Flex. Bitte nicht filmen hier. Liebe Leute, herzlich willkommen. Es geht los. Die komplette Gruppe ist versammelt. Wir sind heute unterwegs mit Eddie Toronto. Vor der Wand. Vor der Wand. Er ist alle in zwei und drei Aufstellung. Händchen halten. Oder auch Dr. Disrespect. Okay, guck jetzt. Bist du bereit? Du machst einfach so und dann... Krass! Beim ersten Mal einfach! Ja, ja. Also ich seh dein Problem jetzt an dieser Situation nicht. Yo, this, my guys, is the real Alvaro Soler. You make music in Spanish. I make music in Spanish. Okay, can you sing Sofia? Yeah, do you want me to sing Sofia? You know, I sing this so much that I want to forget it. Yeah, but thank you for your concert. You want to see a cool check? Yeah. Wühlmoos, knoppoogen, lange Nase. Wer könnte das sein, man? Keine Frage. Es ist Marcel Skorpion. Prostitut. Okay. Do you want to see my own check? Oh, wow. Sheesh! But I have no friends, so I have to do it alone. Und ich weiß nicht, wieso ich Englisch schlitte. Da gab es aber nur ein kleines Problem. Da... Da gab es aber nur... Ah! Almost! One more! One more! One more! Ah! Last one, last one, okay? Oh, wind. The wind.